moin herzlich willkommen zurück zu einem neuen video über lustige dinge über games bugs und so sachen hier oben sieht man schon mal ein fliegender mpc und ganz calm ist gegen mich durch den immersive kittissen patch schaut euch das mal an der kann scheaten da oben kommt hier geflogen zum beispiel die udgerd die unbexame ist sehr verpackt in diesem spiel immer wenn man sie anredet oder kurz mit einem treffer trifft als follower tut sie uns angreifen und ja ich habe ein riesenproblem ich musste mich hierhin verstecken ich habe ja auch oben cities und ja das sind einfach patches die irgendwie komische dinge machen und so nicht let's play der heizt sich oder schützt sich irgendwie kann man irgendwo zoomen ich weiß dem sheet auch nicht mehr hoch zu gelangen aber der fliegt weg also udgerd die unbexame ich hab dir nichts gemacht und das sind abenteuer die sind halt einfach so eine gruppe und die sollten eigentlich zufrieden sein mit mir da unten ja ok das ist kein reiter der fliegt immer noch ein bisschen herum und ja ich bin noch ganz am anfang spiel mit dem survival modus und konnte auch noch nicht leveln doch einmal konnte ich leveln scheinbar oh das zeigt noch an level 2 aber wir sind level 1 und haben natürlich nur chance wenn alle gegen uns sind wenn sie nicht da sind die meisten okay und ja du hast auch g x das sind zb wieder leute bläbens oh sollte ich gerade eher den bogen wagen ja ich werde gewon-shot wie stark sind denn diese endz die sieР Im headshot ok kann ich verstehen aber Jo, das war's. Also wenn ich jetzt wieder kurz reingehe zu einem Spielstand, den ich schon länger habe. So kann ich noch kurz zeigen, ich werde sofort ohne Wirkung von MPVs, also ohne dass ich irgendwas gemacht habe, angegriffen. Wir werden jetzt hier nach vorne rennen. Dankeschön, du bleibst das Steam-Zeugs. Aber das ist einfach irgendwelche Aggressionen. Genau, der Spielstart im ersten Part, das wusste ich noch nicht. Das ist ein Immersiv-Dinges. Es gab auch bei Ufo irgendwelche Aggressionen. Das habe ich deinstalliert, Ultimate Follower, irgendwas, Overhaul und ich habe einen neuen Patch. Ja, hier greifen sie an. Das sind einfach Abenteuer, seht ihr. Die greifen einfach an, sofort. Keine Ahnung, wer die so aggressiv eingestellt hat. Aber es ist ja heftigst. Aber ich habe gleich Angst. Ich komme vom Argoner. Argonier. Genau. Help me. Jo, Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht habt ihr mehr Glück als ich mit diesen aggressiven Leuten. Oh, die Kugel. Die sind mega mächtig stark. Wer hat das programmiert? Also Immersiv-Citizens, leider der Mod, der alles aggressiv macht. Vielleicht auch die deutsche Übersetzung, aber das glaube ich eher nicht. Die zwei habe ich und ja, scheinbar läuft alles aus dem Ruder. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten lustigen Dinge. Kommt sicher wieder bald, wenn ich mehr Mods installiere. Aber ist lustig und die warten hier schön. Tschüss. Musik 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 報sel